Martin Hohmann ist ein deutscher Politiker. Er war von 1998 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU. Seine als antisemitisch kritisierte Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2003 löste die sogenannte Hohmann-Affäre aus, die zu seinem Parteiausschluss führte. Bei den Kommunalwahlen in Hessen 2016 zog Hohmann als Parteiloser auf Listenplatz 1 der Alternative für Deutschland in den Fulda-Kreistag ein. Er trat im Frühjahr 2016 in die AfD ein. Beruf und Familie Martin Hohmann besuchte das Domgymnasium Fulda und absolvierte 1966 DK Sekunden Abitur. 1967-68 still leistete er seinen Wehrdienst als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr ab und durchlief hier auch die Ausbildung zum Reserveoffizier des Heeres. Er hat den Dienstgrad eines Majors der Reserve. Von 1969 bis 1976 studierte er Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main. Nach dem ersten Staatsexamen und seiner Referendarzeit legte er 1979 DK Sekunden zweite Staatsexamen ab. Von 1980 bis 1984 war er beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden tätig, zuletzt als Kriminaloberrat in der Abteilung Terrorismus. Hohmann ist verheiratet und hat drei Kinder. Politische Laufbahn Hohmann trat 1980 der CDU bei und gehörte ab 1990 dem Vorstand des CDU-Kreisverbandes Fulda an. Von 1984 bis 1998 war er hauptamtlich Bürgermeister der Gemeinde Neuhof. 1998 wurde Hohmann in den Deutschen Bundestag gewählt, nachdem er sich in der Wahlkreisdelegiertenversammlung gegen einen anderen Kandidaten durchgesetzt hatte. Dieser war vom vorhergehenden Abgeordneten Alfred Dregger vorgeschlagen worden, nachdem Dregger seine eigene erneute Nominierung nicht durchsetzen konnte. Bei der Bundestagswahl 2002 errang er mit 54 Prozent der Erststimmen das Direktmandat des Wahlkreises 176. Am 5. Mai 1999 reichte Hohmann zusammen mit anderen Bundestagsabgeordneten einen Antrag ein, der die Errichtung eines Holocaust-Denkmals ablehnen sollte. Am 25. Juni begründete Hohmann diesen Antrag in einer Rede. Das Holocaust-Denkmal sei in seinen Augen ein Indiz dafür, dass die Deutschen sich ihre Vergangenheit nicht verzeihen könnten. Meine Damen und Herren, viele Menschen fordern uns als Deutsche auf, langsam den Mut zu fassen, unseren Freunden zu sagen. Mehr als zwei Generationen nach diesem riesigen Verbrechen fühlen wir uns sozusagen resozialisiert. Warum? Kein Land hat Verbrechen in seiner Geschichte aufgearbeitet und bereut, Entschädigung und Wiedergutmachung geleistet wie wir. Nach christlichen Maßstäben folgt auf Sünde, Reue und Wiedergutmachung das Verzeihen. Freilich, das Verzeihen kann man nicht erzwingen. Aber von Freunden darf man es erwarten. Fast drei Generationen Bußzeit bis heute. Es sollten nicht sechs oder sieben werden. Insofern wäre das Mahnmal auch monumentaler Ausdruck der Unfähigkeit. Uns selbst zu verzeihen. Von der evangelikalen ID-Redaktion wurde Hohmann zum Politiker des Jahres 2001 gekürt. Er wurde dafür ausgezeichnet, dass er sich nach dem Terror der Anschläge vom 11. September 2001 gegen ein falsches Toleranzdenken und eine christlich-muslimische Verbrüderung gewandt hatte. Nach seinem Ausschluss aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion am 14. November 2003 in Folge der Hohmann-Affäre war er fraktionslos. Bei der Bundestagswahl 2005 trat Hohmann in seinem Wahlkreis Fulda als parteiloser Direktkandidat an, verlor jedoch mit 21. 5 Prozent der Erststimmen gegen den CDU-Kandidaten Michael Brandt, der 39,1 Prozent erreichte. Daraufhin erklärte Hohmann noch am Wahlabend, seine politische Karriere beenden zu wollen. Bei den Kommunalwahlen in Hessen 2016 zog Hohmann auf Listenplatz 1 der Alternative für Deutschland in den Fulda-Kreistag ein. AfD-Mitglied sei er noch nicht. Er teilte aber seine Absicht mit, in die AfD-Aufsicht einzutreten. Im April 2016 meldete die Zeitschrift Junge Freiheit, Hohmann sei der AfD beigetreten. Ab Mai werde er der Fraktion im Kreistag vorstehen. Hohmann-Affäre Eine als antisemitisch kritisierte Rede Hohmanns zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2003 löste die sogenannte Hohmann-Affäre aus. In deren Folge wurde er aus der CDU, CSU-Bundestagsfraktion und später auch aus seiner Partei, der CDU Hessens, ausgeschlossen. Weitere politische Tätigkeit Nach seiner Wahlniederlage 2005 trat er nicht mehr als Kandidat an, verstand sich aber zunehmend als Mahner des christlichen Konservatismus. Das Antidiskriminierungsgesetz lehnte er ab, weil es angeblich das moralische Vorrecht der Christen in Frage stellt. Er klagte darüber, dass Homosexualität und Abtreibung zum allgemeinen Sittenverfall beitrügen und dass nur die Zuwanderung das Geburtendefizit ausgleiche. Obwohl er sich seinen eigenen Angaben nach nicht mehr der CDU zugehörig fühlt, sammelt er weiterhin Geld für eine Verfassungsklage gegen seinen Parteiausschluss. Mit Hilfe des Autors Bernhard Bellinger will er sich von jedem Antisemitismus-Vorwurf befreien. 2004 stellte Hohmann sich der österreichischen rechtsextremen Zeitschrift Die Aula als Interviewpartner zur Verfügung und erklärte, dass er sich sehr gut vorstellen könne, dass eine klar konservative, patriotische, christliche Partei rechts neben der Union für Deutschland von Vorteil sein könnte. Zudem referierte er unter anderem beim FPÖ-nahen Neuen Club in Salzburg und beim von dem rechtsextremen Verleger Dietmar Monier gegründeten Schulverein zur Förderung der Russlanddeutschen in Ostpreußen. 2005 unterzeichnete Hohmann den Auskreisen des Instituts für Staatspolitik initiierten Appell 8. Mai 1945 gegen das Vergessen. 2011 fielte er die Rede zum Auftakt der Nationalwahlfahrt der Pius-Bruderschaft in Fulda. 2014 fielte er die Rede des Stoffes, 2022 fielte er die Rede der Flucht für die Rede. 2015 fielte er die Rede zum Auftakt der Leer für Deutschland, 2018 fielte er die Rede. Vielen Dank.